Wir haben ja bei Checkpott schon des Öfteren unter Beweis gestellt, welche Sportarten wir nicht beherrschen. Heute kommt eine weitere dazu, nämlich... Bowling! Und das machen wir hier hinter uns im Firebowl in Gelsenkirchen. Let's go! Das Firebowl ist laut eigenen Angaben das größte Bowlingcenter in Nordrhein-Westfalen. Auf 30 Bahnen kann man hier sein Können zeigen, außerdem kann man hier auch Billard spielen, essen und bei sportlichen Ereignissen wird auch Public Viewing angeboten. Geöffnet ist immer bis in den späten Abend. Lukasen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017